Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch einen Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Wir wollen Krieg und es wird brutaler, als würde es uns das vorstellen können. Eine Bombe in die Sonneabteilung schmeißen. Man muss was anderes machen. Und zwar bald. Bald und radikal. Direkt gegen die Führung. Sieg aus! Man kann nicht warten bis es zu spät ist. Es muss sein. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab.